Das passt eigentlich perfekt, dass du dich dann... Ich hab dich erst gefunden! Was?! Alter, ich schreck mich nicht so, Junge! Ich hab noch mehr! 1, 2, 3, 4, 5, 6... So, hallo Leute, da sind wir wieder und sneak dich bitte direkt, weil 1, 1, 6, 1, Anon Temporary im Season auch auf dem Server, so. Ähm... Ah, ich kann doch gar nichts bauen jetzt. Du kannst... Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt halt 20 Sekunden warten, das ist ein bisschen scheiße. Ja, gut. Aber willkommen zurück, meine Freundin! Ja, willkommen zurück! Ich werd gleich noch nach hinten gehen und dann noch ein bisschen was abbauen, weil ich hab jetzt irgendwie, äh, da lang, da hinten noch nicht abgebaut. Weil ich grad mich erstmal noch nach vorne. Ich würd's alles ausschöpfen, ich hab echt keinen Bock mehr. Wieso, ich kann jetzt... Hm... Sticks... Und Sticks... Und... Oh fuck, ich muss das Eisen erst brennen. Was? Du hast keine... Hä? Ich hab keine Eisen so mehr. Du hast keine Spitzhacke mehr? Was? Oh, Mann! Da ist nicht ein Zombie. Ich glaub, das wärst du. Und was war so ein Zombie? Nein! Hier hat jemand gebrannt! Was ist das? Hier hat jemand Schaden bekommen! Nein! Der Zombie war neben mir und hat mich angegriffen. Das war kein Zombie. Doch! Bei mir schon! Aber hier hat jemand so richtig schnell Schaden bekommen. Das war ich! Oh Gott! Das war ich! Oh Gott! Alter! Du machst mir Angst hier! Alter! Hier ist garantiert niemand! Das sagst du so leicht! Ohne Scheiß, ey! Als ob jemand in unsere Höhle kommen würde! Erschreck mich nicht so, Junge, ey! Ich pack hier mal ne Kiste hin, um mal ein paar Sachen loszuwerden, die ich habe! Oh, und jetzt kommt noch dieses geile Höhlen Geräusch, ey! Ohne Scheiß, leck mich! Ding! Hast du dieses Geräusch? So ein Wichs, ey! So, und Pizza ist auch weg! Ohne Scheiß, du isst wir in der Aufnahme mit Pizza, ey! Das ist kein Wunder, warum ihr so früh aus dem Battle raus seid! Ohne Scheiß! Hast ja auch mal Chips gegessen, ne? Ne, aber das war nur ein Gag! Okay! Die hab ich auch noch nicht! Ähm... Die sind auch lustig in der Compile, die verstehen nicht, was abgekratzt heißt! Echt? Ja, die sind alle so abgekratzt, Fragezeichen, aber es niekt dich lieber, weil 1461M und so, ne? So, und weiter geht's! Okay! So... Juhu, ich hab Dias gefunden! Echt? Ja! WTF, wie geil! Wie viele? Ich weiß es nicht, warte, ich muss kurz was rauswerfen, warte, was werfe ich raus, was werfe ich raus, was werfe ich raus? Ja, bei mir, ich hab hier ne Kiste sonst notfalls bei mir, wenn du rüberkommst... Okay, ich hab zwei Dias, drei... Entsneak dich mal kurz! ...vier... ...fünf... ...und warte... ...sechs... Ich hab mich kurz entsneakt, siehst du mich? Da vorne bist du, ja, ich seh dich! Ja, okay, ich hab sie gefunden, sehr geil! Sehr geil, sehr geil, ich hab sie gefunden! Dias, 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 oh yeah! Du episches Stück Scheiße! Okay! Sollen wir uns noch ein bisschen weiterkrammen? Weil jetzt haben wir ja fünf Stück, wir haben ja... Ne, sechs haben wir sogar! Sechs! Ja komm! Sollen wir uns noch kurz ein bisschen weiterkrammen, wenn sie eh schon hier unten sind? Ich find mir noch was, ich find das voll geil! Yo! Okay! Oh! Oh! Also, drei Folgen nur, nur farming! Oder, was meinst du, sollen wir nach oben gehen oder noch hierbleiben? Marcel? Ich versuch mich hier grad irgendwie durchzubauen! Hier legen auch schon meine Steine! Sehr gut! Kannst du mal zu mir kommen? Oh ne Scheiß, dann suchen wir so lange und jetzt finden wir einfach auf einmal was! So schnell! Das ist immer geil, ey! Ähm, falls du mal zu mir kommen magst, ich hab ein paar Sachen hier in die Kiste gepackt! Brauchen wir Schießpulver? Das ist immer nö, ne? Ne... Ich leg's in die Kiste erstmal! Für Tränke! Aber ich weiß nicht, ne glaub ich nicht! So warte, dann grab ich, ich grab mich jetzt mal zu dir und sneak dich mal! Dann grab, oder scheiße, wir gehen einfach raus und suchen uns jetzt den Sugarcans, oder? Weil dann haben wir's, ne? Dann sind wir durch! Warte, du bist da, ne? Dann grab ich mich jetzt zu dir, so... Bist'n du jetzt? Ich hab mich hier hoch gegraben schon ein bisschen! Okay, warte! Ey, renn doch nicht vor mir! Weg! So! Hi! Haben wir ein bisschen Platz geschaffen hier! Okay! Ich hasse es, wenn die Decken so low sind! Also hier ist ne Kiste, falls du da noch irgendwas von gebrauchen kannst, kannst du's dir gern wegnehmen! Okay, die sind an der Oberfläche und sind jetzt wahrscheinlich! Stuff! Okay, ey! Dann reparier ich jetzt einfach mal ganz kurz meinen Bogen! Yeah! Ich versuch hier schon mal ne Treffer so halbwegs hochzubasteln! Mach das! Huch! Ah! Aber läuft, ey! Finde ich voll geil! Dass wir jetzt einfach so schnell welche gefunden haben! Hammer! Ohne Scheiße! Ich hab letzte Folge einfach schon so keinen Bock mehr! Weil ich keinen Bock auf Farmen habe! Aber jetzt können wir eigentlich rausnehmen! Bisschen rocken, ne? Ja! Ist noch unten irgendwas! Ne, warte! Quatsch! 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 Wir machen uns gleich ein Diaspitzack und farmen hier das Obsidian ab, was wir brauchen! Stimmt! Vier Stück für das! Wir nehmen uns doch gleich genug für Netaportal mit! Okay, weil Tränke, ich sag dir eins, Tränke werden noch so das fette Ding, okay! Ja, hast du aus der Battle-Folge, ne? Mhm! Bei unserer Rettung praktisch! Ja, ich hab's gesehen! Ich fahr hier, ich fahr mir noch so ein bisschen weiter! Während du dann noch Obsidian mitnimmst! Okay, mach das! Ich hab hier nämlich noch Gold gefunden! Ah, ohne Scheiß! Willst, ähm, nimm du mal bitte das Golderz auf, okay? Von mir, kannst du's bitte machen! Jo, jo, ich hab schon! Weil dann bist du unser Gold! Unser Gold-Man! Unser Gold-Dingel! So, ich hab jetzt die Diaspitzacke! Dann komm mal mit zum Obsidian, bitte! Und pass ein bisschen auf mich auf, wenn ich das da abbaue, okay? Warte, ich bin hier grad noch am Mainz! Okay, dann mach du das! Und ich geh hier hinten hin und blau nimm noch ab! So! Wie mach ich das? Oh ne Scheiß, ich hab so Schiss! Wenn du was hörst, sag Bescheid! Ja, ja, werd ich's mal! Ich bin direkt am Ausgang praktisch, ja! Oh Gott! Ich hör hier auch so komische Zombies! Du meinst, man kann auch weiter oben welche? Finden! Hier ist ne Facke! Ach ne, das war meine! Du kannst, natürlich kannst du auch weiter oben welche finden! Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich am höchsten, dass du halt so auf Höhe 11, 12 welche findest, das ist sowieso klar! So! Ja, klar! Alter, hast du mich immer! Du Uhrensinn! Alter! Na! Dominik? Du Junge, du hast mich grade so erschrocken! Weißt du, wie du mich erschrocken hast? Alter! Nächstes Mal greif ich dich einfach an! Ich nehm die Facke hier mal mit, ne? Ich nehm die Facke hier mal mit, ne? Ich denk, du bist da hinten im Gang und dann tauchst du einfach so vor mir auf! Ohne Scheiße, ey! Und jetzt sneak dich bitte! Mach wenigstens irgendwas anderes! Grab dich noch mal im Gang im Klang oder so! Ich hab jetzt keinen Bock, dass du hier so rumtunst! Ungesneakt! 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 Der neue Minecraft-Kanal! Oh Gott, ich muss irgendwas loswerden! Sollte echt mal das Wort schicken! Braten ohne Scheiße! Tschüss Dix! 12 City'n hab ich! Wo baue ich den hier noch ab? Du sneakst dich? Ich sneaker mich grade, ja! Sehr schön, okay! Ja gut, die anderen beiden sind definitiv an der Oberfläche! Dann hoffe ich einfach mal, dass die uns zu machen! noch nicht gesehen haben! Kau-Tipper halt, ne? Ja! So! Hier, warte! Für den Nita-Portal brauchen wir 10, ne? Ähm... 3... 4... 4... Für die sparsame Variante, ne? Ich glaub 10, ja! Ja, okay! Dann brauchen wir 14 Obsidian insgesamt! Viel Spaß! Danke, danke! Und ich meine Strippen hier weiter tun! Dann du strippe meinen Dunen weiter und dann ist der wunderbar! Okay! Ich geh nochmal deinen Gang ab, vielleicht ist da noch irgendwas! Ja, mach das! Und wie ist es so, im Obsidian zu baden? Ja, ganz schön eigentlich! Ist gemütlich! Weil das Obsidian ist halt sehr warm, von der Lava unten erwärmt! Und dann das kühle Wasser, das ist ein sehr aufregendes Gefühl! Ja? Muss ich schon sagen, ja! Ich kann auch noch andere Sachen, die aufregend sind! Ja, ich auch! Sag mal, kennst du den Kiez? Ja, zufällig schon! Okay, cool! Ist ja nicht so, dass ich da wohne, ne? Bald! Nein, in Hamburg wohne ich ja eh schon! Ja! Aber nicht am Kiez! Nö! Ne! Na gut, so! Ah, wie viel Obsidian habe ich denn jetzt? Äh, neun Stück! Wow, das geht echt super schnell! Hä, du hast schon neun? Okay! Mhm! Ob Sie ihn denn abbauen, das ist immer so spannend, ne? Ja, aber ich mein, wir können ja auch äh, Wohnungs-Suchen-Geschichten oder was weiß ich nicht! Hattest du schon mal noch? Ja, keine Ahnung! Das, das war... Oh, ne Scheiße, ey! Ah, was ey! So! Ähm! Ne, keine Ahnung! Das war halt eigentlich so die einzige interessante Wohnungsbesichtigung! Also diese... Also so ne richtig... Ohne Scheiße, warum fängt das jetzt nochmal von vorne an? Also so ne richtig interessante, ne? Ich hasse es beim Obsidian-Abbauen, dass man nie so nach oben gucken kann! Man muss auf diesen Block gucken und ich wär fast gestorben! Sag mir jetzt nicht, dass du fast in die Lava gefasst hast! Doch, ich bin in die Lava! Doch! Ich bin in die Lava und dann bin ich wieder hochgebackt! Ohne Scheiße, ey! Ich... Das war ganz so dumm von mir! Aber der Block, der hätte eigentlich viel schneller da sein müssen wegen dem Wasser! Das war halt so ein kleiner Leck! Sozusagen! So! Bist du da?! Ach, alter Marcel! Ich wollte nur zur Kiste! Entspann dich! Ja! Sag mir Bescheid, wenn du in meine Nähe kommst, bitte! Okay, Dominik! Das ist richtig schlimm! Du kannst die ganze Zeit nur auf diesen Block gucken und weißt halt nicht, was hinter dir passiert! Wenn dann auf einmal einer so auftaucht, dann erschreckst du dich so richtig! So, jetzt hab ich 13! Und gleich 14! So, ich mach mir noch ne... Hat sich grad erledigt! Der Ofen kommt jetzt nochmal hin! So, ähm... Sugarcains hast du nicht hier, oder? Ne, wollten wir letztes Mal suchen, aber das haben wir eben vergessen, weil wir schnell runter wollten, weil andere drauf... Ja, weil da war eh nicht so ein Gebiet, dass wir das da gefunden hätten! Das ist halt das Blöde! So, ich hab jetzt noch 43! Dann lass uns folgendes machen! Dann brennen wir hier jetzt noch schnell alles in den Öfen! Okay? Ja, hier ist schon einer! Und dann gehen wir nächste Folge nach oben! Dann haben wir praktisch hier unten alles fertig, weil ich hab auch noch richtig viele... Warte, ich baue noch meine Öfen auf! Ich hab da oben noch ein Ding gepackt! Ja, das reicht nicht! Gib mir mal bitte die Dia-Spitzhacke! Oh ne! Willst du nur damit machen, ne? Ein bisschen rumfahren! Naja, okay! Mach das mal! Ich hab kein Bock jetzt mal auf meinen Eisen zu warten! Drei Dia's, zwei brauchen wir noch für den Enchanter! Das heißt, wenn wir noch ein Dia oder so finden würden, wer das eigentlich ganz nah ist! Ja, ich suche hier ein bisschen! So, äh... Das kann... Wo ist mein Hohe Eisen? Ach, da! So! Kann ich auch noch ein bisschen suchen! Ganz genau, Marcel! Ich kann auch singen, wenn du willst! Bitte nicht! Eigentlich will ich mich jetzt hier nicht ständig entsenken, aber so geht's schnell mit den Öfen! Äh... Wo ist das denn? Sieben für ne Tiefe! Okay, füllen wir mal auf! Ja, ich guck einfach mal! Hä? Ich hab kein Wassereimer mehr! Scheiße! Ich hab mein Wassereimer irgendwo... Ah, ich müsste mein Wassereimer wiederholen! Ja, ja, genau! Es ist wichtig! Hat eigentlich Erde im Boden irgendwas zu bedeuten? Erde im Boden? Hier? Keine Ahnung! Ich hab mal früher gehört, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass man dann Dia findet, aber das ist eigentlich Schwachsinn! Ja! Glaube ich! Kann ja sein! Ich hab die früher immer abgebaut! Einmal hatte ich Glück, als ich Erde abgebaut hatte, aber... Ja, ich guck einfach mal! Da waren da hinten tatsächlich Dia's, aber ich weiß nicht! Ich guck einfach, kostet ja nichts! Naja... Zeit haben wir eh schon genug verblendet für heute! Ne? Jo, jo! Jo, jo! So, und dann, wenn wir an der Oberfläche sind... Passt auf, wir machen's folgendermaßen... Wir laufen rum, bis wir Sugarcans gefunden haben, und wenn wir die Sugarcans gefunden haben... Ähm... Duchen wir uns... Oh, kurz! Und dann machen wir uns ne Eisenachs und... Farmen erstmal richtig viele Bäume ab, damit die Blätter respawnen. Weil wir brauchen einfach Äpfel, weil dann können wir von uns beide schon mal zwei Goldäpfel machen. Ja! Und dann, wenn wir... Enchanted sind und Goldäpfel haben... Dann geben wir den Neneta noch und holen uns Tränke, okay? Und dann sind wir eigentlich perfekt ausgerüstet. Ich denk mal Speed Potions und Stärke... Wir brauchen Speed Potions und Stärke Potions. Für Stärke Potions brauchen wir Blaze Swords. Okay. Ja, ist eigentlich alles. Also Speed Potions und Stärke Potions ist gleich perfekt. Healing Potions könnten wir uns auch machen, aber das... Ne... Regeneration... Ne... Healing Potions wären auch nicht schlecht, aber die gehen mit äh... Glitzernden Melonen, glaub ich. Das heißt, wir bräuchten Melonen. Es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir es finden. Da bringt die Stärke vorständig auch mehr. Okay, wir waren... In dieser Höhle waren keine Dias. Ja gut, dann kannst du eigentlich langsam zurückkommen. Wie lange geht die Folge schon? Wir müssten so langsam gleich gekickt werden. Das passt eigentlich perfekt. Ich hab Dias gefunden. Was? Alter, erschreck mich nicht so, Junge. Ich hab noch mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Lol. Lol. Die waren direkt hinter der Erde. Oh Gott. Musst du mich so erschrecken ohne Scheiße. Sneak dich. Am Arsch sneak ich mich. Ich hab Dias. Fick dich. Sneak dich bitte. Ja, die Dias bringen dir nix, wenn du die jetzt nur im Inventar bist. Wenn der Gegner dann kommt und dich killt, dann freut er sich erst recht. Ohne Scheiße, ey. Ohne Scheiß, kein Wunder, dass ihr das Battle verloren habt. Ich meine, dann bist du hier und baust die Decke höher. Wie so ein Spastchen, ey. Du bist so ein richtiger Yannick. Nö, ich mach jetzt Fenster in die Base. Das sieht schön aus. Ich mach mir ein Dias-Schwert. Nein, machst du noch nicht. Warte mal. Okay, warte, wir werden gleich gekickt. Erstmal alles abbauen. Du machst jetzt bitte... Hast du alles in deinem Inventar noch? Kannst du das Eisen aufnehmen? Hast du es? Hab ich alles, ich hab alles. Gut, dann würde ich sagen, machen wir nächste Folge hier weiter. Dann... Ja, dann machen wir uns jetzt beide schon mal Dias-Schwerter, aber noch keine Rüstung damit, falls irgendwas damit übrig bleiben sollte, okay? Gut, ich hab eh noch drei Schwerter. Vier Schwerter hab ich noch. Eis-Schwerter. Zwei Eis-Schwerter, drei Steinschwerter. Ja, die Steinschwerter können wir eh wegschmeißen. Gut, dann machen wir uns zwei Dias-Schwerter. Irgendwann die Oberfläche suchen uns Äpfel und Sugarcans. Dann sind wir eigentlich so gut. Ja, dann gehen wir noch in den Netan, dann haben wir's eigentlich alles. Ender-Perle haben wir auch. Lass mal das Ende finden. Ja, genau. Warte, da hinten hab ich, glaub ich, grad ein Namensschild. Sneak dich, du Depp, ey. Was? Soll ich mir nicht da beleidigend werde, aber ich glaube, ich hab da eben... Das ist so blöd, wenn du dich halt nicht sneakst. Gerade durch so kurzes Sneaken und End-Sneaken sieht man halt die Leute. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist halt richtig gefährlich. So. Ähm. Wirst du schon gekickt worden? Ne, noch nicht. Ach, na, da bist du. Okay. Das war in einem anderen Projekt. Sau auf dich. Ich werd einfach nicht gekickt. Oh Gott, ey. Das war in einem anderen Projekt. Sau auf dich. Das war in einem anderen Projekt. Bloody Beach war das so. Dass ich halt auch oft Leute einfach gesehen habe, weil sie sich gesneakt und wieder End-Sneakt und gesneakt und wieder End-Sneakt habe. Dadurch ist mir halt erst aufgefallen, weißt du? Ja. Na gut. Also dann bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Tschüss.